Oh, einmal Geld sammeln. Warte, ist das Geld sammelt, Gedöns? Ja. Gedöns. Wir können auch schon Fahrzeuge sehen. Wohin? Im Blick gerade wollen wir zum Helikopter hier hin. Gleich nehmen und los kriegen. Machen wir das mal richtig. Ja, dann sag ran wohin, Chef. Und dann jetzt los. Da aufm Haus, ja? Rausspringen, ja. Und raus. Na ja, dann... Ach, da ist er, ich seh... Mal sehen, ob's klappt. Die wollen da alle hin, die wollen da alle hin. Ich hab die Landung ein bisschen verkackt. Sehr gut. Basti, Junge. Ach nee, Sascha, Junge. Rein, 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 los. Renn, 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 renn. Und hopp. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Da kennt mal einer irgendwo den Damm oder? Aber ich werde weg. Den Damm? Wohin willst du? Irgendwas, was weit weg ist von der Abschlusszone. Äh, von der Absprungzone. Na dann. Das ist der Damm. Ne, der Damm ist, da ist das Flugzeug rübergefunden. Achso, na dann Storage Town. Ganz links oder ganz rechts, wie du magst. Grün oder orange, sucht hier aus. Beides gut. Und hier. Muss wieder Basti sein, so ist klar. Und hier ist unser Profi. Ja, ich merk schon. Dann können wir noch viel leer werden. Bitte? Ich fand das schon mal leer. Gesundheit. Oh, die Damm. Rauspring. Krieg raus. Ich schlag eine Heli hinten. Okay. Warte mal. Wenn wir alles durchgegrast haben, dann können wir uns den Heli wiederholen. Wenn er noch da ist. Ja, werden wir ja sehen. Uh, Thermalvisier. Uh. Oh, ich hab jetzt einfach noch mal Heli markiert mit Blau. Okay. Alter, Alter. Kopfgeld? Ja, einfach annehmen, weil dann gibt's dazu Kohle, wenn der umgebracht wird. Oh, ja, ja. Nein. Oh. Was ist denn? Ach, nur runtergefallen. Was ist denn? Was? Boah. Nice. Evakuierung in Bereitschaft. Eine Landezone markieren. Definitiv auch gucken wir die Flugzeugen. Hm. Geht's hier nicht rein? Was ist denn das? Mann. Ach. So geht's denn hier nirgends rein. Oh. Drohne. Haben wir hier n Mitspieler. Ich mach mal unsere Drohne an. Ich mach mal unsere Drohne an. Okay. Okay. Okay, nix. Ne, das ist eine normale Drohne. Die Bihila. Also das, was du grad angemacht hast. Okay, wir sind safe hier. Oh, Flugzeug? Ah, erstes Flugzeug. Cashback. Was macht das Flugzeug? Die schmeißen Cash-Dinger ab. Oh, hier haben wir nen Schneiber. Ah. Ah, das ist so dünn. Ist denn jetzt besser? Wollen wir los? Mit Auto oder mit Heli? Sucht euch aus. Heli kommen sie. Ja. Wer hat er los? Helikopter? Ja, ist hier hinten bei mir. Na dann warte, ich muss aufs Dach und dann komm ich hier irgendwie raus. Scheinbar auch nicht. Wollt er mich ab? Na ja, ich ruhig ab. Oh, jetzt komm ich ja nicht hoch. Oh nein, da geht er. Ey, fliegt da immer mich rüber. Du bist der andere? Unter dir. Okay. Okay. Man kippt man jetzt schon hier, oder? Kippt man jetzt schon hier, oder? Ja, äh, das war's einer. Die andere wurde wieder aufgesammelt. Da ist ne andere Heli. Ja, ich seh's. Ja, ich seh's. Die geben ab. Ich hab ein Schweinchen. Achso, da noch einer. Stopp. Schieß drauf, Mike. Bin bei. Oh, rausgegangen. Ich hab's gegangen. Ah. Versuch den mal gerade zu halten. Mach hier weg da. Ja. Ja, weg hier. Ja, weg hier. Da war's. Ja, weg hier. Wir haben richtig Schotter, wir müssen abgeben irgendwie. Über uns ein Heli? Ne, das ist ein Transporting. Achso. Spieler bei uns. Kann ich raus springen? Ja. Ich spring raus. Deck mal. Bitte. Los, Mike, 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 Mike. Da lag sowas Tolles rum. Okay, los. Nächstes Ziel. Da hinten. Ja. Ich fliege mal hoch und runter. Wir sind von hinten geschossen. Ich fliege hoch und runter. Ja. Wir sind schwieriger jetzt zu treffen. Da landen sie auf jeden Fall. Oh Gott. Nein! Flieg etwas höher bitte. Ich setze nicht da... Ich bin noch gezeigt. wie ich jetzt auf jeden Fall habe. Oh, danke. Ja, da sitzt er schon. Hinten. Richtung... Nein. Schießen. Schießen, schießen, Mike. Da sind wir noch mit Pisch. Da sind wir noch mit Pisch. Da sind wir weg. Der Rettrad weg. Der Rettrad weg. Hieß sie nicht? Mike. Der Rettrad weg. Mike, steig ab, steig ab, da hinterher legst du gleich. Steig ab. ja was für eine logik was für eine logik ich achte es sind ja auch 2.000 MGs aufgebaut auf der anderen Seite pass auf der kommt gleich der kommt gleich na was war denn das jetzt vorne hin wie der kommt gleich ne ich bin ja nicht von wo aber mein Ding ist ausgepackt mein Herzschlag das hört man doch das habt ihr nicht gehört ach man ach ich hatte mir ein Mikro aus außerdem scheiße warum sagt ihr das denn nicht da war ich am Waffen wechsel die schönen Waffen das schöne Geld ja naja so ein Rotz ach man alter egal was ich mache immer haben wir die besseren ja bei mir im Haus wieso man ja im Haus hier bei mir ja im Haus hier bei mir ja naja im Haus im Haus wechseln wir wir das noch Was ist da? Ahhhh Oh Scheiße ja vielleicht mit vorhalten mission accomplished wir hatten knapp 600.000 oder so hatten du sagst es aber naja schön schön ich war wieder der könig naja war gut